Hallo, ich bin Carina, ich bin 13 Jahre alt, ich komme aus Berlin und ich singe Ich bin ein Oma-Fan von Lady Gaga. Und ich liebe meine Oma über alles. Dann war ich so, okay, ich spiel dir das jetzt vor und sing mal mit und dann wirst du gleich erkennen, das ist ein Song für dich, das hätte ich so gefreut, das war unglaublich. Währung. Hier kann ich einfach vertrauen, sie hört mir immer zu und sie ist einfach die Beste. Naja, also auf jeden Fall sehr viele Nieten, sehr rocky, aber auch so kindlich so. Mit karierten zum Beispiel, Schrumpfhosen und so, wird sehr cool, sehr lustig. Es ist ja egal, wer gewinnt oder wer da verliert, weil es gibt keinen Verlierer. Alle, die schon in dieses Finale gekommen sind, sind schon gewinnern. Hallo, ich bin der Matthias, ich bin zwölf Jahre alt und komme aus der Steiermark. Ich singe das Lied, ich will ein DJ sein, im Original von Pietro Lombardi, Call My Name. Naja, es wäre schon cool, aber mir gefallen halt andere Jobs besser. Also entweder will ich Schauspieler werden, Hotelmanager oder Moderator. Wenn ich ein Bienenstich, dann wird mein Fuß ca. dreimal so groß. Zwei Hasen habe ich. Mein Hase heißt Benni und der Hase von meiner Schwester heißt Mr. Schlappohr. Wir treten halt schon gegeneinander an, aber die Zeit soll ja lustig werden. Ich empfinde das mehr als Freund. Mein Name ist India, ich bin fast zehn Jahre alt, ich wohne in Wien und ich singe meine komplett verrückte Welt. Das Original ist You and Me von Milo. Beim Hingehen, da war ich schon ein bisschen aufgeregt und nervös, aber auf der Bühne, wie ich dann den ersten Ton gesungen habe, da habe ich mich wohl gefühlt. Ich fühle mich immer wohl und ich singe. Es gab einen, gegen den ich gesungen habe und der ist halt nicht weitergekommen. Der hat mir ein bisschen leid getan, weil er die ganze Zeit mir so viel Glück gewünscht hat und der war halt recht lieb. Und der hat mir dann leid getan, wie er dann Tränen in die Augen bekommen hat. Helge Schneider hat halt auch immer so lustige Grimassen und so und das ist einfach lustig. Hallo, ich bin die Sarah, bin elf Jahre alt und komme aus Wien. Ich singe Der Ohrwurm von Alexander Stan, aber bei ihr heißt es Mr. Sexobeat. Eigentlich war ich nicht so sehr aufgeregt, weil ich hatte meine Freundin mit, also meinen Fanclub. Und wie ich auf der Bühne stand, war es echt cool, weil die Scheinwerfer und die ganze Kamera, also ich habe mich eigentlich wohl gefühlt. Zum Finale kommen auch eben halt Kids und die werden dann auch irgendwie alle Züttel haben, so wie ich. Und ja, also Fanclub habe ich schon. Ein so ein Wurm, also eher eine Raupe, also Tausendfüßler eigentlich, aber das ist eigentlich mein Glücksbringer. Ich habe eine Schlauerhose und einen Hut, so ein Sakko, ja und ein Gürtel, ja und halt eben drei T-Shirts. Es ist blau, also meine Lieblingsfarbe und ja, ich finde es stark. Ich bin Anna, bin elf Jahre alt, komme aus Berlin und ich singe Schnee im Original von Hurt Step. Also immer beim Ruf Roy, da kam ja immer so Schnee und dann hat der Erwin auch irgendwie immer so hier gemacht, so wie ich auch beim Casting das gemacht habe. Das sah richtig lustig aus. Wenn ich Aufregung habe, dann mache ich irgendwie immer so. Dann ist die Aufregung eigentlich auch schon etwas intreger. Er hat auch so eine super Ausstrahlung, er kann richtig gut tanzen und hat einfach auch so ein Bühnengefühl irgendwie. Das ist richtig toll. Hallo, ich bin die Selina und ich bin zwölf Jahre alt. Ich komme aus Neustift an der Love Nets. Das liegt genauer gesagt im Burgenland. Und es sind Gemüsegrüße, das ist im Original von High Fruit. Ja, ich habe heute gesungen und mit den Scheinwerfern und alles und tanzen und singen und alles. Und ja, die Schule war auch sehr gut. Ja, die Schule war auch sehr lieb. Voll cool. Bei meiner Mama sind gleich die Freunde, die freuen das Tränen runter. Und ich bin gleich gesprungen, ich habe mich urgebreit. Meine aller, aller, allerbeste Freundin. Die kann ich einfach setzen. Mir gefällt das halt einfach. Ich finde es jetzt schon fast so als Markenzeichen. Also das geht so. Aufregt, glätten und dann streng ich so und dann nochmal Spray und dann ist das. Hallo, ich bin die Elsa. Ich bin zehn Jahre alt. Ich komme aus Leonding, Berlin. Ich singe hier Stinkt was. Und im Original ist von Sunrise Avenue Hollywood Hills. Hier stinkt irgendwas bis zum Himmel. Viel mehr als Socken und Käse schimmeln. Fällt das denn nur uns Kindern auf. Hier stinkt was, da stinkt was bis zum Himmel. Es war viel aufregend. Alles Gute. Toll, toll. Ich war sehr nervös. Aber ich habe mich voll wohl gefühlt auf der Bühne. Und ja, ich würde am liebsten gleich nochmal rauf. Das war so am ersten Schultag. Dann hat der Papa angerufen und hat gesagt, die Frau Korber hat angerufen und es tut dir sehr leid. Aber du bist im Finale. Und dann habe ich mich gefreut. Die lassen mich halt nie im Stich und sie sind hilfsbereit. Und ja, alles was eine Freundin eben so haben muss. Ich habe Glücksbringer Ohrringerl und die sind mir leider im Zug irgendwie kaputt worden. Also da ist was runtergegangen. Aber die müssen wir unbedingt reparieren, weil die habe ich immer oben. Die habe ich im Schlaf oben. Die habe ich überall oben und die brauche ich einfach. Hallo, ich bin die Katrin Kogler. Ich bin Örf, Jahrhut und komme aus Vögler-Bruck. Ich sing Mathe mag ich nicht und im Original heißt es A Night Like This von Caro Emerald. Also ich war halt total aufgeregt und dann habe ich halt gesagt, na bitte fangen wir wieder zurück, weil ich habe mich so gefürcht. Und dann geht man halt da rein und man fürcht sich immer noch und dann kriegt man das Headset. Und dann singt man schon und das geht einfach alles so schnell. Aber es ist halt voll schön, weil es ist einfach so ein super Erlebnis. Ehrlichkeit und dass man halt immer zusammenholt und dass man halt einfach Spaß miteinander hat. Uns war einmal voll langweilig und dann haben wir halt überlegt, was wir machen können. Und dann sind wir halt auf die Idee gekommen. Wir machen einfach eine Zeitschrift. Es ist natürlich was über den Kürtekontest drin, die ganzen Gewinner und was das halt ist. Und dann ist halt ganz viel über Stars und Tests sind drin und dann haben wir halt für Burma über Fußball und so. Also es ist eigentlich alles drin. Und wo kamen wir die bekommen in der Schule? Ja, also wir verborgen sie. Hallo, ich bin der Michael aus Dreskirchen in Niederösterreich. Ich bin elf Jahre alt und singe das Lied, sie hat mir mein Herz geklaut, von Bruno Mars, und sie hat mir mein Herz geklaut, mich zum Haufen, mein Umgebung. Katja ist meine Freundin, ich bin seit hier mit sechseinhalb Monaten zusammen. Und wir gehen halt zusammen auch in die Schule und ja, ich bin verliebt. Und du singst die ganze Zeit von einem Kuss, hat es dir noch schon wirklich gegeben? Ja. Aber nur ein bisschen, gell? Also nur ein bisschen, so ein Bussi, oder? Ich war halt schon sehr nervös. Ich habe keinen Trick, aber wenn ich dann mal singe, dann bin ich halt nur noch aufgeregt. Ich möchte mitmachen beim Kürtekontest. Okay, na gut Michael, wir schauen, was geht. Ja, ich war in der Schule und meine Mutter hat mir dann ein SMS geschrieben, eben, dass ich halt Vater bin. Ja, schon cool. Ich bin die Andrea, bin neun Jahre alt und ich komme aus Abdenau. Und ich sing das Lied, wenn der Blechmann klopft, das Original heißt Lipstick. Ja, ich bin der Blechmann klopft, keine Piepen, denn der Typ, da ist die Halle, Halle, hey, 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 hey. Total, die Halle, Halle, hey, 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 hey. Er ist auch so lustig wie ich und wir kennen uns schon seit dem Kindergarten. Man spielt oft miteinander. Er ist mein bester Freund und ich mag ihn gern. Ich bin ja Fan von dir. Ich bin ja Fan von dir. Da habe ich mit der Ziehharmonika vorgespielt. Soll ich mal vorspielen? Ich bin ja Fan von dir. Untertitelung des ZDF, 2020